Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Downstar Shipwrecked. Heute werden wir sehen, ob wir jetzt mal überleben, da wir ziemlich fast tot sind an sich. Ja, mal gucken, ob wir es überleben. Äh, so. Es ist Nacht, wir haben kaum gehört und es ist windig. Äh, und es wird kalt, es regnet, es ist ja nur scheiße. Jetzt wollen wir weitergehören. Ansonsten kriegen wir ein richtig schönes Problem. Ach, ja, 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 ja. So, lassen wir ein bisschen Feuer reinmachen. Oh, jetzt. Jetzt ist es soweit. Glaube ich. Ja, und jetzt wird es. Und ja, es wird dann angegriffen. Na, super. Was ist da? Das meine ich. Au, 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 au. Oh, Gott. Ja. Ja. Leckt mich doch. Leckt mich doch einfach. Wir haben etwas von mir überleben. Also, es ist irgendwie ein bisschen in Ordnung. Aber scheiße, sind die Dinger behindert, ey. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Unlucky, dass meine Rüstung auch in dem Moment kaputt ging. Aber jetzt seht ihr, warum es so scheiße ist, ganz wenig Sanity zu haben. Ganz wenig gehören. Oh, ich hoffe jetzt. Ey, das wird jetzt nicht nochmal passieren. Ey. Oh, jetzt. Oh. Ne, Spinnkönigin. Da kommt gleich Spinnkönigin bei der Raus. Oh, gleich raus. Es wird dir immer schwieriger als überleben. Ich sag's euch. Unser Gönschel geht's schon mehr runter. Jetzt verfolgt dieser blöde Affe wieder. Noch hätte so. Da haben wir wieder alles. So. Jetzt wird irgendwie jetzt offenbar. Offen wird jetzt super warm, worum auch immer. Lass uns erstmal irgendwie was finden, um weiterzumachen. Ordentlich. Ein paar Blumen. Limestone. Ab, 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 ab. Leck mich doch, du Drecksaffe, ey. Meine Güte. Da schläft eine Giftschlange. Hier sind bald ein paar viele Königin. Es wird noch richtig schwierig hier zu überleben. Heu, 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 heu. Wir sind nicht noch im Lager. Irgendwie ein bisschen. Ja. Wisst ihr was? Lass uns einfach von hier verschwinden. Diese Insel ist einfach nur richtig anstrengend. Ich werde später zurückkommen, wenn ich besser ausgerüstet bin und alles hier vernichten. Ja, ja. Ich werde noch meine Rache bekommen. Drecksaffen, ey. So. Ach, jetzt wird schon wieder dunkel. Yay, Gott. Wie lange diese Tage jetzt momentan noch richtig... Dauern jetzt momentan noch richtig lange. Ähm, kurz meine ich. Tag kurz, dann kommt Dämmerung, dann kommt richtig lange Nacht. Warte, ich bin hier wenig nicht schön. Warte, ich bin hier wenig nicht schön. Hahahaha. Witzboot. Die sind direkt wieder... Mann Mann. so für ein boot holz und seile ja ja na ich kann nicht mal richtig holz sammeln ja 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 ist das nervös so nun etwas hier wir müssen auch so schnell wie möglich so ein ding bauen so flammer mit schutz so ein schönes lachofen ich habe einen bären auf den boden werfen wie dieses seile wo 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 kann ich denn zwei seile machen oder kosten die vier perfekt so das brauche ich noch war alles war jetzt brauche ich nur noch ein neues boot und wieder essen langsam alles ist optimal gerade aber schaffen wir schon noch irgendwie das kann ich auf den boden schmeißen ich bräuchte eigentlich einen speer neuen brauche ich einen seil zu ist ja ok langsam alles ziemlich schwer hier ich habe es mir nicht knapp wie schafft ihr zu töten ein bisschen nach unten schiebt ein bisschen ist feuer 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 so daß die resten aufwacht jetzt angreif was die sind alle aufgewacht dadurch das ist doch lächerlich das ist doch ist doch mehr als lächerlich jetzt das gibt's doch nicht als ob jetzt alle affen da ich kenne und die wahren durch auf ist in ordnung ist in ordnung zum glück ist das ganze vollmond ich könnte kotzen ich möchte von dieser insel runter nur ich kann nicht ich schaffe es nicht weil die affen will ich irgendwelche sachen bauen lassen das haben ja eine schlange super das spiel ist gegen mich ich kann nichts mehr machen ich sterb gleich auch noch weil ich nichts mehr zum essen habe ich kann ich habe gar nichts mehr hier ich bin richtig überfordert steine ich will das ist nein mann nein ich will das hier so ich komm ich lasse mich noch schnell überleben ich habe kein essen mehr kein essen mehr nach 16 tagen sterbe ich warum auch nicht diese insel war die schlechteste entscheidung von allen sehr sehr schlechte entscheidung gewesen so mal gucken habe ich noch irgendwas zum verbrennen kurz mal das hier soll ich noch das hinnehmen das hier so ein bisschen irgendetwas so ein bisschen holz sammeln ich werde zu leben ich werde das hier überleben das ist meine machete da ist eine blume wichtig blume mitnehmen blume so so wie ich das spiel kenne wird es wieder noch eine form von nacht sein da ist eine blume jetzt aufnehmen wie sind das nicht auf ach ehrlich kommt leck mich jetzt aufnehmen wie sind das nicht auf ach ehrlich komm leck mich zwei noch zwei noch eine noch so jetzt kann ich mein kargeboot bauen da ist eine spinne da ist eine blume blume kurz ein paar blumen nehmen ich verhunger auch gleich schon wieder irgendwas habe ich noch irgendwas messen aber nix zu essen richtig richtig unglücklich gerade da kann ich mein kargeboot bauen aber nix zu essen ich kann jetzt ich habe nichts zu essen ich hab nix zum essen nix gar nix vollmund ich erzählen wenn er vollmund ist vollmund okay super schnell was zum essen holen hier auch wenn sie viel ist irgendwie ein bisschen müssen wir nehmen das reicht schon das reicht das essen ist nicht viel aber es ist etwas so jetzt haben wir etwas davon jetzt haben wir einen neuen tag nach nach jetzt werden wir noch noch ein bisschen essen holen damit ja auch die länge fahrt überleben hier unten ist was und dann werden wir uns von hier verpissen das wird dann schön sein nicht auf dieser todesinsel zu sein mann 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 schensilmonster das sind quallen nichts mit uns momentan anlegen könnten und wie ihr seht auch hier wieder blitzen überall ins wasser jetzt unser boot getroffen werden ist das wirklich ganz schön traurig jetzt nochmals hier gekocht so jetzt jetzt sind wir bekommen blitz getroffen und jetzt weg von hier weg von dieser insel weg einfach nur adios drecksack insel jetzt geht's hier oben lang alles ist besser als diese insel was ist denn hier ein paar rohstoffe mit in den kurz irgendwas sinnvolles hier oder hier stehen wir irgendwas hier zu schneichen die dinger das gehirn geht durchgehend da unten ich weiß nicht wie wieso es nicht mehr nach oben geht da sind was sind wenn es auch so nervig ja los komm hopp 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 weg da jetzt bloß weg hier in der insel mit ganz viel blumen wäre jetzt richtig schön nur blumen wo ich dann etwas meine mein geist wieder erfrischen kann das wärs doch so wie jetzt so wie ich jetzt gerade ist auf mehr können das noch ganz neue erfahrung werden mit diesen geistern es geht ein leid seht euch das an wie schwer es ist hier zu manövrieren bei der dunkelheit das ist ein hall was ist das denn nicht gut wir haben hier so ein komisches highvieh gut dass wir so schnell sind oh jetzt noch oh gott ich weiß nicht was das jetzt alles wird es kann nicht gut werden und dann darf es abgestürzt ja ja na damit vielleicht sag ich mal beenden wir die folge wer weiß was uns nächste folge erwarten wird vielleicht viel vielleicht gar nichts vielleicht bin ich jetzt auch gestorben na das werden wir alles in der nächsten folge erfahren tutelü tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü